Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Realm Royale. Wir spielen diesmal die Magierin. Oh mein Gott, warum nicht den Assassinen? Was hast du getan? Warum spielst du nicht diesen verdammten Assassinen? Ganz einfach, die Woche ist vorbei, wo ich die ganze Zeit den Assassinen spielen muss. Und ich möchte auch mal eine andere Klasse mal wieder spielen. Das wird schwierig für mich, aber ja, mal gucken. So, wir gehen in den verbotenen Sumpf. Da waren wir zwar letzte Folge schon drin, aber wir sind da nicht gelandet. Wir kommen aus so langsam... Oh, was ist denn da ganz hinten noch? Da kommen wir ja auch noch ran am Strand. 17! Bam! Okay, bin ich mal gespannt, ob hier noch einer ist. Für die, die es nicht mitbekommen haben, es gibt ein neues Battle Royale-Spiel, was ich hochgeladen habe. Es heißt Apex Legends. Könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Weil meines Erachtens nach ist es das beste Battle Royale, was ich jemals gespielt habe und was es wahrscheinlich auch jemals geben wird. Alleine durch die Interaktion. Das wird natürlich Realm Royale jetzt hier nicht irgendwie ausgrenzen. Ich werde immer noch an jeden Ort fliegen oder landen und dann mal gucken, wie es da noch läuft. Klar. Oh, besser noch ein Gleitflug. What the fuck? Oh, was? Er hat ja das Impulsgewehr? Dankeschön. Ich brauche ein paar Splitter, deswegen habe ich das jetzt eigentlich gerade gemacht. Ansonsten hätte ich den Netzschuss doch ganz gern gehabt, aber gut. Boah. Auf legend... äh, auf episch, ey. Hält aber gefühlt nicht mehr so lange wie damals, habe ich das, habe ich echt so das Gefühl. Wir haben da was geändert. Okay, das war es erstmal. Okay, das war es nochmal. So. Meine Güte, ey. Steinstab. Perfekt. Nehme ich doch gerne mit. Obwohl ich glaube, ich hätte doch das andere, weil ich habe jetzt zwei Dreischusswaffen. Ist vielleicht doch nicht so klug gewesen, aber egal. Was soll's. Wir müssen ja ein bisschen mal die Magier noch mal leveln. Ich bin noch Level 1 mit der. Oh, Fertigkeitenabklingzeit ist super. Boah, kann einer mal diesen Vogel hier erschlagen, der die ganze Zeit tutuluk, tutuluk macht. Ja, die haben das echt verringert. Das finde ich ein bisschen schade. Damals konnte man übelst lang fliegen. Wenn ich jetzt den Steinstab habe, ist das Impulsgewirr natürlich ein bisschen sinnlos, finde ich. Persönlich. Aua, ah. So. Muss nicht jeder so finden. Ich finde es schon. Der Nerf der Magierin gefällt mir gar nicht. Davor war die Magierin immer so, dass das Nonplusultra, bis der Assassine kam. Mit seinen krassen Waffen. Genau sowas hier zum Beispiel, was ich jetzt aber nicht will. Okay. Gut, ich glaube, wir sollten mal die nächste Schmiede, Jaguar, klauen. Da können wir doch mal hingehen. Da wurde sogar gerade noch geschmiedet. Das heißt natürlich Ärger. Das können wir eigentlich auch nehmen. So, als letzten... Als letzten Halt. So, bin ich mal gespannt, wer da so ist. Und vor allem, wie viele da sind. Ich höre auf jeden Fall schon den Hammer. Ich höre auf jeden Fall. Ich höre auf jeden Fall. Ich nehme doch das Ding mit. Sorry, aber das Impulsgewässer ist eigentlich ganz geil. Das ist die Frage. Liegt hier noch mehr rum? Oh, warte mal. Erstmal trinken. Hallo? Was ist denn jetzt? Das spürt sich auf, Jan. Ach, nö, Leute. Wow, wirklich jetzt? Echt jetzt? Es kommt aber auch kein Fehlercode. Das ist einfach abgekackt. Und das ist jetzt einfach nur ein übelster Mega-Lag. Ich kann nichts machen. Och, Mann. Ey, wirklich. Oh, diese... Also, heute mit meinen Aufnahmen habe ich noch nicht... Realm Royale? Bei Bloodborne? Was kommt noch? Das ist doch schade. Och, Mann, ey. Na gut. Fuck drauf, ey. Das ist jetzt wirklich bitter.